Das ist Linda. Wie jeder ist sie auf Weihnachten top vorbereitet. Egal ob du Low-Fat-Plätzchen backen willst oder doch zum Mond fliegen, das Internet weiß alles. Und das weiß auch Linda. Schnell ist das passende YouTube-Tutorial gefunden, denn Linda ernährt sich natürlich gesund. Doch zuerst, schnell mal die Wohnung weihnachtlich dekodieren. Dein Weihnachtsbaum sieht ja lustig aus. Und die Galanten hängen sicher gut. Zumindest bis zum nächsten Lüften. Oh, das sieht aber schön aus. Geh lieber deine Geschenke kaufen. Nur keine Eile, Linda. Du hast ja Zeit. Tja, du hättest vielleicht doch früher einkaufen gehen sollen. Jetzt hast du so viel Zeit in der Stadt verplempert. Husch husch an den Backofen. Aber wo ist denn eigentlich der Backofen? Na, Gott sei Dank gibt es das Internet. Sonst wäre die Linda wohl aufgeschmissen. Denn Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Einfach schnell bestellen und gut? Oder doch lieber einen Gutschein schenken? Oh, ein bisschen leer. Dann 24 Musik Ja, Linda, one low-fat Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away.